Du bist Weihnacht. Menschen vor dem Fest. Mein Heinz, wie hast du denn eigentlich das diesjährige Weihnachtsfest so vorgestellt? Machst du dir da eigentlich mal Gedanken drum? Ich hab gedacht, wir könnten ja mal irgendwo hingehen. Wo willst du denn hingehen? Du weißt doch, wie viele wir sind. Ja, man muss doch nicht immer Weihnachten zu Hause abhängen. Ich hab gedacht, wir können doch in der Kneipe an der Ecke mal feiern gehen. Wie in der Kneipe gehen? Ja, warum denn nicht? Da krieg ich mir nichts noch einmal zu trinken. Sonst warte ich ja mal bis 10 Uhr und dann geh ich erst. Wir können doch mal zusammen Weihnachten feiern. Ja, das tun wir doch. Ja, aber in der Kneipe und nicht zu Hause. Also ich glaub, du drehst am Rad. Ja, na mal frohes Fest, dann geh ich halt wieder alleine. Unmöglich. Ja, das Ltd. Untertitelung des ZDF, 2020